15 und eine Tischdecke von dir. 16. 16. Wie sie? 20. Wer ist hier? 20. Sehr gut, sehr gut. Gehen wir aufhören. Oder haben wir auf den Tisch? Ganz ehrlich, ich schiebe die Konstruktion. Ja? 25 für den Endzeit immer noch nicht. 30. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, die kriegen 2500 zusammen. Aber das ist geil. Wenn du mal mal die P11 noch mal, dann seid ihr so voll im Gipfel 3. Was? 30 für den Endzeit. Den Endzeit. Oder den? 30. Den noch, der passt doch nicht an. Das ist doch viel zu dick. Nein. 30. 5. Nee, bitte nicht. 30. Ernsthaft. Ich glaube, wir verkürzen das jetzt. Aber das ist wichtig, ich habe noch mal diese Idee. Ich finde sie ganz groß. Ich packe jetzt auch noch mal selber 10 rein. Verschlossen kommen dann. Hopp! 5. Galant. 40.000. Das heißt, das Spielbruch beschäftigt euch wirklich mit dem Onset. Weil die Idee ist prägend. Ich würde auf dieser Bühne nicht stehen, wenn es eine Person gegeben hätte, die mich nicht gebraut hat. Die wirklich gesagt hat, oh komm, ich riskiere das. Ich hätte ja auch das Ding versaufen können für Spiel oder irgendwas. Wie passiert noch gar nicht. Also, das war ein anderes Gesetner. Zu meinem Schnitt. Und ich hätte es nicht so gut. Ich hätte es nicht aber nicht so gut. Wir machen dann das es nicht so gut. Ich würde mich auch wirklich sagen. Wir machen die Einschränkungen. In der Tag des Jahrzehundern.